Effiziente Dynamik oder in Englisch Efficient Dynamics ist ja eine Zielrichtung. Es beschreibt zwei Dinge gleichzeitig zu tun, nämlich die Effizienz der Autos, der Antriebsstränge zu verbessern, aber gleichzeitig das dynamische Verhalten zu steigern. Es stimmt nicht ganz, dass das Gewicht immer zugenommen hat. Beim Fünfer sind wir gegenüber dem Vorgänger leichter geworden um 60 Kilo. Wir beschäftigen uns ja intensiv mit dem Thema Fahrzeuggewicht, weil es ja gleichzeitig wieder eine Maßnahme ist, um Effizienz und Dynamik zu verbessern. Und das ist der Einsatz von neuen Materialien. Beispiele dafür sind das Kurbelgehäuse aus Aluminium und Magnesiumverbund, kurz bei unserem reinen Sechszylinder-Motor, die Verwendung von neuen Kunststoffteilen in der Außenhaut, die im Prozess lackiert werden für unsere neuen Fahrzeuge, oder Lösungen wie das Kohlefaserdach bei dem M3 oder M6. Wir entwickeln in Richtung Leichtbaumateriale intensiv, um auch hier an dieser Stelle die Schere zwischen Effizienz und Dynamik zu schließen. Ganz eindeutig wird das Thema Energiemanagement die Herausforderung für die Zukunft werden. Wenn Sie sich wirklich um Effizienz kümmern, dann geht es um einen Summeneffekt. Und damit müssen Sie sich einfach um alles kümmern. Turbomotoren haben den entscheidenden Vorteil, dass sie die gleiche Leistung wie Saugmotoren bei geringerem Gewicht bringen können. Wir sind jetzt in der Lage, auch in Verbindung mit der High Precision Injection ein sehr gutes Responsverhalten bei hohen Leistungswerten darzustellen. Und das ist dann in idealer Weise die effiziente Dynamik. Viel Leistung, geringer Verbrauch, gut wenig Gewicht. Es geht eigentlich um die schnellste Rundenzeit und dem muss sich alles unterordnen. Aber um diese zu erreichen, ist natürlich Effizienz ein wesentliches Kriterium. Es nützt nicht, wenn man 50 PS mehr hat, aber 50 Kilo Ballast mit sich herumflößt. Das war's. Das war's.